Pfff, ja, ich schnabel Tiere und blaue Hasen an die Macht. Tadadadabitch! Hallo meine Bäumchen, schön, dass ihr wieder da seid. Und herzlich willkommen bei der Gewinnspielauflösung von HW, Schallplatte, Tasse und Co. Ja, ihr habt richtig gehört, es ist die Gewinnspielauflösung von dem letzten Gewinnspiel. Und es ist noch kein Jahr um. Wuhu! Ja, ich schaffe es auch mal so. Und es ist unglaublich, was ihr alles für tolle Kommentare unter dem Gewinnspielvideo geschrieben habt. Die Aufgabe war ja, was würde Edna alles mit dieser Tasse machen? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Mit was würde sie es vielleicht kombinieren? Lasst eurer Fantasie freien Lauf, eurer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Ihr wisst schon, was ich meine. Halt so typisch Delic-Style, so. Ihr habt echt tolle Kommentare da unten geschrieben. Und ich hatte echt keine Ahnung, welche ich davon nehmen soll, weil sie einfach echt gut waren. Und echt viele. Und dann hatte ich mich ein bisschen so erkundigt, wie man zum Beispiel so online sowas auslösen... Auslösen konnte, halt nur auf den Knopf drücken muss. Und dann sucht er so einen Generator halt den Kommentar raus. Aber das Kommentar, den Kommentar, die Kommentar. Aber ich dachte mir mal, macht das mal ein bisschen oldschool. Und zwar habe ich eure Kommentare per Hand auf einen Zettel geschrieben, die in alle gleich große Streifen geschnitten und zusammengeknüttelt. Eure Namen stehen da drauf. Also nicht der ganze Kommentar, sonst hätte das nicht gepasst, weil manche waren ja so lang. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt. So, damit das alles wirklich fair ist, habe ich nochmal meine Augenmaske mitgebracht. So, Platz Nummer 3. Der Gewinner ist... This one. And this one is... Jana Neubert. Herzlichen Glückwunsch. Du bist die Drittplatzierte. Ich muss mir da meine 3 draufschreiben, sonst wird das nix. 3. Weiter geht's. Platz Nummer 2 ist... Dich nehme ich. Dich nehme ich. Platz Nummer 2 ist... Platz Nummer 2 ist... Guck aus Schicka 1, 2, 3. So, und jetzt geht's in die Familie von Final-Runde zum Platz 1. Und Platz 1 ist... Und Platz 1 ist richtig geil. Hallo, da ist ein Harvey mit bei. Platz 1 Nummer 1 ist... das war emma weber hallo immer du hast gewonnen platz nummer uno geil ich schreibe die 1 auf ich denke mal das war wirklich wirklich die fährste sache die ich machen konnte weil selber persönlich jemand wieder auswählen ist ja wieder so um die bevorzugst den und den und mimimi ach ihr wisst schon ich fand es eigentlich recht fair und das war einfach wie eine lostrommel wir auf dem jahrmarkt und für alle anderen die jetzt nicht gewonnen haben seid bitte nicht so arg traurig und ich drücke euch dann wirklich fürs nächste mal die daumen weil ich kann mir vorstellen dass es vielleicht auch nicht das letzte gewinnspiel ist ich denke mal das war wirklich das faireste und ja und die info jetzt an die drei gewinner schreibt mir doch bitte eine private nachricht hier auf youtube geht dafür einfach auf die kanal info und da könnt ihr glaube ich eine private nachricht an mich schicken denn ich brauche eure adresse und dann kriegt ihr von den link halt euer jeweiliges geschenk zugeschickt und ein herzliches tag an den link entertainment er ist echt super alle infos zu den link und den märchen das shop findet ihr natürlich unten in der video beschreibung dort könnt ihr auch schnabeltier und habe auch käuflich erwerben und somit können wir die weltherrschaft an uns reißen schnabeltier und blaue hasen an die macht schaut doch einfach mal gerne bei meinem letzten video vorbei wird mich sehr freuen über ein däumchen hoch und natürlich auf abonnieren klicken um nichts zu verpassen ich freue euch tschüss bye bye